Musik Werdet reich! Euer Auftrag ist es, ein mehr als beträchtliches Vermögen anzuholen. Musik 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 Oh, ein neuer Arbeiter kommt zu euch! Musik 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent-Handwerks-Kunde. In einem eurer Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Ihr wünscht? Der deutsche Fertigkeiten im Talent-Kunde. Sie sind mit dem Fertigkeiten im Talent-Fertigkeiten. Ihr können hier die Fertigkeiten im Talent-Kunde. Ihr könnt euch dabei und ihr verdient eine Fertigkeiten im Talent-Kunde. Ihr könnt euch dabei und ihr habt eure Fertigkeiten dort in den H estimated 30.000. Untertitelung des ZDF, 2020 In einem eurer Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht? 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 Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Wie ihr wünscht? 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 Wie ihr wünscht habt? Wie ihr wünscht? Herzlichen Glückwunsch! Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Gießerin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Gießerei. Gezeichnet die Schmiedeinnung. In einem eurer Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. In einem eurer Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Euch und nur euch die besten Wünsche. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs über Produktionsdauern gesteigert. Eure Fähigkeit ist okay. Okay. those auch Das war's für heute. Das war's für heute. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet statt. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Was ist euer Begehr, wie ihr wünscht? Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln. Die Reparatur eines eurer Karn ist ab. Die Reparatur eines Karnes wirkliches. Die Reparatur eines Karnes und Karnes und Karnes. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie ihr wünscht. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Okay. Okay. Eine Hochzeit findet statt. Werte Anwesende, wir haben uns hier zusammengefu- Einer eurer Umlandstransporte hat... Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Der Papst hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Der Papst ist tot, lang lebe der Papst. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzu... Erweiterung in einem eurer Gebäude. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ihr könnt in fernen Schweden einen Lehrgang besuchen, um einen höheren Meistergrad als Schmiedin zu erlangen. Ihr seid der Meister. Ja, ja. Ja? Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Wollt ihr Rohstoffe kaufen? Dann seht euch nur um. Herzlichen Glückwunsch! Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Schmiedin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Gießerei und die Schmiede. Gezeichnet, die Schmiedeinnung. Gezeichnet, die Schmiedeinnung. Eine Hochzeit findet statt. Gratulation, ihr seid nun stolze Mutter einer Tochter. Unip tay kommt, die Schmieden Röstle boat hin. Du Accounts und bautat rein. Oh Gott. Tsch! Du siehst Ding, die auf und abnögle� them. Unterkast von euch, gib mir sie voll ab. Du siehst! Auch die Sorgen bedeutet. Das war's für heute. 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 Was ist zu tun? Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Das war's für heute. 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 Von heute. Eure Fähigkeiten im Verhandel, Yep. Yau. Und... 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 Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Herr Der Kaiser hat enemer konkurrenten einen neuen Titel verlieren, Patrizia. Einer eurer Umlandstransporte hat eine mine erreicht. Der Kaiser hat einem eurer konkurrenten einen neuen Titel verlieren, Patrizierin. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Okay. Wie ihr wünscht. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine er... Das Gebäude eines Konkurrenten und Kapriern wurde um eine Stufe... Aus dem Zusammenbraten wird er charakter. Es hat eine Stufe aufgewertet. Et das war jetzt noch nicht, dass das eine Stufe aufgewertet ist. Ich habe das eine Stufe in der Kamen zu Ende gehen. Das war das Pläude eines Konkurrenten war die Möglichkeit, das ich auch noch nicht kann. Das war eine Stufe aufgewertet. Oh, das war die Platz. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Patrizierin. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Werte Anwesende, wir haben uns hier zusammengefunden, um den heiligen Bund... Ihr Kaiser hat heuer sein Leben ausgehaucht. Das ganze Reiten. Der Kaiser ist tot, lang lebe der Kaiser. Der Kaiser ist tot, lang lebe der Kaiser. Der Kaiser ist tot, lang lebe der Kaiser. Ihr könnt in fernen Schweden einen Lehrgang besuchen, um einen höheren Meistergrad als Schmiedin zu erlangen. KINDE Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Goldschmiedin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Gießerei, die Schmiede und die Goldschmiede. Gezeichnet, die Schmiedeinnung. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Man spielt euch übel mit. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Unter den städtischen Informanten ist ein Amt neu zu besetzen. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jemand beleidigt euch zutiefst mit seinem Auftreten. Gratulation! Ihr seid nun stolze Mutter einer Tochter! Woh! 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 Wah! Woh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Pest ist in der Stadt. Nun bleibt uns nichts als beten. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Unter den städtischen Informanten ist ein Amt neu zu besetzen. Es gibt vier Bewerber. Das war's für heute. Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Patrizierin. Was kann ich tun? Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Was ist euer Begehr? Was ist euer Begehr? Ja, gut. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Willkommen. Wenn ihr etwas kaufen wollt, kommt doch näher. Ja. Ja, gut. Eure Anweisungen? Ja. 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 Ja, gut. Und zwar. Ja. Ja. Ich weiß. Ja. 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 Ich weiß. Ja. Ja. Ihr wünscht? Ihr wünscht? Das war's. Ihr könnt im fernen Schweden einen Lehrgang besuchen, um einen höheren Meistergrad als Schmiedin zu erlangen. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Art Schmiedin zu erlangen. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Art Schmiedin zu erlangen. Willkommen! Wenn ihr etwas kaufen wollt, kommt doch näher! Jau! 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 Unter den städtischen Informanten ist ein Amt neu zu besetzen. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Untertitelung des ZDF. 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 Ja. Ja. Unter den städtischen Informanten ist ein Amt neu zu besetzen. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Einer eurer Umlandstransporte hat eine... Willkommen! Wenn ihr etwas kaufen wollt, kommt doch näher! Welchen Sie? Welchen Sie? ... Das ist Reich. Sie haben einen Schäte, und dem Haus eine Schäte. Vielleicht ist das? Wisse? Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man spielt euch übel mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man spielt euch übel mit. Man spielt euch übel mit. Man spielt euch übel mit. Okay. Yeah, good. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Jemand hat den Antrag gestellt, ein Mitglied aus dem Kreis der Stadtschergen des Amtes zu entheben. Nein, ich bin dagegen. Ja, absetzen sage ich. Ich weiß nicht recht. Hiermit ist der Antrag abgewiesen. Es wird nun über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Es gibt vier Bewerber. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieben. Ein Mitglied eurer Dynastie ist heute leider verstorben. Es gibt vier Bewerber. Es gibt vier Bewerber. Wollt ihr Rohstoffe kaufen? Dann seht euch nur um. Ihr seid der Meister. Man spielt euch übel mit. Die Renovierung eines saurer Gebäude ist abgeschlossen. Es brennt! Holt Wasser! Ein Brand wütet! Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Der Papst ist tot. Lang lebe der Papst. Der Brand ist erfolgreich gelöscht worden. Möge unsere Stadt in Zukunft verschont bleiben. Ein Ahnung! Ihr habt es euch verdient. Ihr habt eure Fähigkeiten in der Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs mit Hammer und Meißel verbessert. Ihr seid einfach brillant! Die Lektüre des Buchs mit Hammer und Meißel. 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 Ja. Ja. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Jemand hat den Antrag gestellt, ein Mitglied aus dem Kreis der Stadtschergen des Amtes zu entheben. Ja, absetzen sag ich. Nein, ich bin dagegen. Es ist aus. Absetzen, absetzen. Die Amtsenthebung ist hiermit beschlossen. Die Amtsenthebung ist hiermit beschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Edelfrau Das Gebäude eines Konkurrenten wurde meine Stufen... Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Die 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 Wahl ist entschieden. Es wird nun über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtscherkenamt beraten. Es gibt vier Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Ja, gut. Gratulation! Ihr seid nun stolze Mutter eines Sohnes. Das macht die Schussendluss einfach. Wir essen zus mehr als Sieg und sagt, in Entschluss. Sie müssen Höhm und empfehlungen nach. Sie stellen die Schussendluss auf. Jetzt wird das Schussendluss im MAN. Als Sieg und seine Schuss-Juss und der Künstler ausstatten. Wenn sie nichts mehr sehen, dann wird es nach einer Mittelskussmusss. Dann wird es nicht öffert, wenn du noch nicht mehr schussendluss. Sie müssen schussendluss aufgrund, dass du noch nicht mehr schussendluss przedstawst. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Ja, gut. Die Reparatur eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Die Reparatur des Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Auf kirchlicher Ebene soll nunmehr dieses Amt in verantwortungsvolle Hände übergeben werden. Es gibt vier Bewerber. Pat, das Los, entscheidet für... Auf kirchlicher Ebene soll nunmehr dieses Amt in verantwortungsvolle Hände übergeben werden. Drei Bürger unserer Stadt haben sich für dieses Amt beworben. Die Wahl ist entschieden. Jemand hat den Antrag gestellt, ein Mitglied aus dem Kreis der Stadtschergen des Amtes zu entheben. Es ist aus! Absetzen! Absetzen! Auf gar keinen Fall! Ich enthalte mich der Stimme. Es ist aus! Absetzen! Absetzen! Damit ist die Absetzung beschlossene Sache. Es ist aus! Absetzen! Der Kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Edelfrau. Ein neuer Arbeiter kommt. Wie ihr wünscht, einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Wie ihr wünscht? Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Okay. Eine Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Es wird nun über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Wie ihr wünscht. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Er darf mit einem Konkurrenten werden. Ach, das war's! Auch aus der Suche Zeit. Dann wurde eröffnet mit einem Konkurrenten. Er hat einen Akkanzler und Erwerberg leer verdadeben. Jetzt bin ich die Ange-Können. Er wurde eröffnet, aber schon seitdem der Konkurrenten wurde. Das war die Konkurrenten vor. Das war die Konkurrent Rundi. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Edelmann. Ja! Der Kaiser hat eine Stufe aufgewertet. 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 Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Große Ereignisse werfen ihre Schatten vor aus. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euren Auftrag erfüllt. Ihr könnt euch zu Füllungen auf eurem Beträchtliches Vermögen anzuhalten und den Rest eures Lebens damit verbringen, eure Müssen zu zählen. ... Musik Ah, ihr seid es. Ja, meine Liebe. Die Geschäfte mit unseren Handelspartnern verlaufen äußerst einträglich. Hm, es freut mich, das zu hören. Was für ein schöner Abend. Vielleicht sollten wir diesen Sommer auf unseren französischen Gütern verbringen. Was meint ihr? Eine ganz ausgezeichnete Idee. Sektor! Ja, wir sind sicher. RR! Ja. RR! Untertitelung des ZDF, 2020